so willkommen zurück bei daisy ich muss mich gerade ok lautsch der griff passen ich muss mich jetzt mal kurz neu orientieren es ist jetzt ein paar tage her dass ich daisy gespielt habe also da ist es er fehlt wenn jetzt auf einem richtig dicken server knallevoll mit 50 leuten und ich finde schon dass es sinn machen würde jetzt noch mal dass er fehlt mehr anzugucken und ich denke da gehe ich jetzt auch hin ich habe jetzt nicht aufgepasst ob man auf diesem server namen sieht ich hoffe mal nicht sonst werde ein schuss gehört sind das denn schon wieder für weiße markierung gewesen das gefällt mir schon wieder alles gar nicht so schleicht er jetzt nichts gedrückt jetzt nochmal kurz umschauen welche wirklich jetzt einfach so los spazieren kann ich versuche es einfach mal so da sind zwei tansche zwei tansche da stelle ich mich mal rein hier und schau mal ob ich eine map habe ja die habe ich aber sehe ich mich selber nein wie viel hier markiert ist supermarkt military camp wow was für sinnvolle markierung dann weiß ich schon mal nicht wo ich bin das ist natürlich schlecht dann gehen wir mal weiter durch diese mauer folge muss ich ja irgendwann in richtung flugfeld kommen deshalb bleibe ich der mauer treu und lauf dein lang sich schon wieder so abgehackt rede wieso rede ich bei daisy immer total abgehackt bei daisy lingo island und takistan und wie sie alle heißen da klappt so auch nur hier rede ich immer total abgehackt ist das die angst meinen geilen loot zu verlieren wahrscheinlich ich lauf im wald das ist mir zu danger ganz ehrlich so wahrscheinlich tut wieder total übertrieben paranoid von mir also bin ich geiler die ausrüstung desto ängstlicher der to do nur ich kalt bock hier weg gesniper zu werden hier folgt sie jetzt mit dem mausrad und der entfernung anzeigen lassen werden hier bestimmt namen angezeigt also zombies ist da die baracke vielleicht ich weiß es nicht ich könnte mich ja mal da in diesen wald reinwagen das ist ja der zaun kaputt keine ahnung so mal hier irgendwo reinzukommen alter vater zeig gedacht da ist ein spiel das sind deko leichen sterben ganz schön viele alter ich hab so angst wahnsinn laut der killt mich nein so ein ich habe ihn doch getroffen alter das darf nicht wahr sein nein 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 das darf nicht wahr sein alter mein herz du missgeburt du dreckige schlampe du mongo spacko ich habe den schritt gehört habe mich umgedreht habe geschossen aber anscheinend zu spät scheißdreck man mein geiles zeug das war jetzt definitiv nicht hammer geil wenn ich das mal so sagen darf alter okay ich mach mal kurz einen cut bis es wieder von vorne los geht scheiße so leck mich am arsch ich habe mich immer noch nicht beruhigt dieser blöde spacko wo zur hölle kam der her quarry glaube ich links von mir müsse dann elektro irgendwann kommen ich glaube da befrage ich noch mal das heilige heiliger schein heiligen schein halte das wir waren so geil ausgerüstet und dann sowas so ne ah da bei solnitschnie da gehen wir dann halt nach solnitschnie besser als nichts hätte ich gesagt was denn das ein quad das ist ein ziemlich kaputtes quad ich weiß es noch nicht das ja doch da fehlt mindestens ein rad wieso steht hier ein quad neuer zwei räder schauen wir mal was man noch brauchen das können wir durchaus hier finden motor reifen und wir brauchen alles hat das ding hier ja ja nix drin ja gut schon mal da mag vielleicht haben wir glück und finden hier gleich was dafür sie mit dem stuhl noch ein bisschen näher an so schauen wir mal vielleicht haben wir gleich ein tolles quad ja ganz toll ganz ganz toll geht er weg will dadurch so hier ist schon mal ja schon mal die hälfte von dem was wir brauchen haben wir schon mal hahaha ja scrap metal das brauchen wir jetzt nicht weil die body war ja okay gut wenn wir es schon haben dann nehmen wir es mal mit besser wie nichts von anfang schon mal gleich nochmal hier rein ja auch so viel nicht schlecht nicht schlecht wenn es so weiter geht haben wir gleich das quad fertig ja hammergeil richtig erfrischend meine blöde axt ja oh lol ich bin nicht am bluten unglaublich frisch ja industrie 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 hm schau mal in das rote haus ob wir vielleicht eine waffe finden ne waffe ne waffe keine blöde Kack, Krober. Hier gibt es ja gar nichts. So ein Scheiß. Gut, vielleicht ist das Loot einfach nur noch nicht gespawnt. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Und gehe diese Dinger nochmal durch. So, jetzt wird da bestimmt mehr drin liegen. Da bin ich mir ganz sicher. So, geh weg, du hübscher Zombie. Ja. Aber immer noch nicht am Bluten. Nichts. Und hier ist jetzt eine Headshot. Nein. Verkackte Solnitschni. Das ist ja gar nichts. Ja, und so ein Marathon für dieses blöde Quad will ich jetzt auch nicht. Bist... Ach, noch mehr Scrap Metal. So ein Marathon will ich für so ein blödes Quad... Ich kann ja nicht mehr reden. Für so ein blödes Quad auch nicht machen. Aber am Ende werden wir eh wieder runtergeschossen. Leute, wo kommen die Fliegen her? Ja, da wird sich jemand... Ja, der hat sich killen lassen. Ah, dann tun wir diesen Metal Scheiß wieder weg. Den kriegt der. Und ich schaue mal weiter. Da liegt auch nichts. Ich glaube, das wäre vielleicht klüger, wenn wir uns auch umbringen lassen. Und vielleicht irgendwo bei... Oh, bei Czerno oder so rausgekommen. Oder Elektro. Ja, wahrscheinlich das klügste. Gut. Da werde ich mich jetzt mal umhauen lassen. Schauen wir mal kurz auf die Straße. Vielleicht finden wir irgendwas unverhofft cooles. Na gut, zur Teilstelle könnte ich noch schauen. Komm, die Tankstelle tue ich mir noch an. Und wenn dann da auch nichts liegt für das Quad, dann lasse ich mich killen. Zumindest die Eng... Nee, das bringt auch nichts. Wir brauchen Engines, wir brauchen Fuel Tank Parts. Was war das? Ist das Spiel am Fahrrad oder ein Zombie? Ein Zombie. Wir brauchen Fuel Tank Parts. Und wir brauchen Benzin, 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 Benzin. Und zwei Räder. Ja, dann lasse ich mich von meiner... Von meinen Gefolgsleuten mal... Da hinmetzeln. Ein Rad. Rotorteile. Gut, den Hubschrauber habe ich jetzt leider nicht dabei zum Reparieren. Dann lasse ich mich jetzt da hinmetzeln. Und komme wieder zurück, wenn ich wieder am Leben bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge war scheiße, weil ich gestorben bin. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen. Unsere bis zum nächsten Mal. üyor